ARD Text im Auftrag von Funk 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 Sehr interessant. Ja, ihr wisst ja gar nicht, was wir durchgemacht haben. Es hat ja schon Bicycle of Mana angefangen. Ja, aber ab dem Lama-Tempel liefst du das dann ja immer ganz ordentlich. Ja, das stimmt. Naja, ab und zu sind wir dann schon verzweifelt. Ja, ich konnte von dort nicht anschieben. Warte mal. Fress mal jetzt mal das Ding. So. Hast du diese weißen Dinger da? So. Schlimmer fand ich immer bei Mario Bros. 3. Da konnte man sie fast nicht kaputt machen. Wieso nicht? Oh. Sehr gut. Weil es halt nicht ging. Okay. Ja, da kannst du ein Bonus-Spiel machen. Ja, das meinte ich ja vorhin. Ach so, ist da nicht dieser blaue Shy Guy Dings da drin? Es ist kein Shy Guy, es ist... Doch der hat doch auch so eine Maske da auf, meine ich, oder? Es ist so ein Phantom, oder? Boah. Naja, egal. Genau. So geht's auch. Ich bin auch noch Sterne dafür rausgesprungen. Ja, das ist toll, wenn du die mit farbigen Eiern abschließt. Ja. Oh Mann. Bei diesem Spiel kann man echt nur scheiße reden. Weil alles mit Eiern zu tun hat. Ja, ich sag nur... Äh, Gedankenblasen mit Eiern abschließen. Hä? Huh? Huh? Flower Power. Ups. Ich werde noch verzweifeln, ich seh's jetzt schon. Da oben fliegt irgendwas. Ein Schlüssel! Jetzt fliegen die Sterne durch... Oh, doch nicht. Tada! Oh, ich bin zu gut. Willst du nicht das Bonus-Spiel machen? Ja, aber nicht zu verlieren, oder? Ja... Außer meine Ehre. Ich mein sogar, es... Man kann sogar diese Bonus-Spiele auch zu zweit spielen. Irgendwie in so einem besonderen Modus, oder sowas. Hab ich irgendwie noch so in Erinnerung. Naja. Wenn ich bekannt war. Oh, ich weiß der Ballon-Duell. Ballon-Duell. Ja. Ja. Ja, mal schauen. Ich hab das Spiel früher auch... Oh, verdammt! Was? Wo war's denn jetzt? Nein, der nicht. So. Okay, das... Ich hab das Spiel auch mal früher gehasst, weil ich mich immer voll erschrocken hab, wenn das Ding dann plötzlich explodiert ist. Ähm... Hm... 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 Tschüss. So, okay, da ist... Das ist Taktik, ne? Den Ballon immer so lange bei sich zu behalten. Äh, ja. X Wunder... Verdammt! Gerade hab ich's rausgefunden. Sollte mir irgendwelche Sticker auf die Tastatur lehnen. Hier ist B! Hier ist A! B! B! Wären doch mal der Männchen. Ja! A! 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 Oh Gott... Oh, das kommt ja gar nicht mal so ungelegen. So, können sie nicht wegspringen. Bäm! Verdammt. Bäm! Ja, einer fehlt. Ja, wir spielen doch eh nicht auf 100 Punkte. Oh, da kommt was. Oh, die Arme. So, wie schiebe ich? Oh, so nicht. Warte mal. Ich brauche den ja. Oder? Nein, nein. Um da hochzukommen, oder? Oder geht er so so? Nee, geht auch so. Später brauche ich einen. So, worauf war das? Hier? Oder? Hier? Jetzt habe ich What Up verstanden. Gangster. Oh, komm her. Springen. Ducken. So. Okay. Willst du dir die Folkert auch nicht mitnehmen? Doch, doch. Aber ich mache nur ein bisschen... Was ist sie nicht? Ähm, ich weiß, wo sie ist zum Glück, aber sonst würde ich sie nicht sehen. So. Ja. Frage sieht aus wie so ein Penis. Für dich sieht alles aus wie ein Penis. Ja, guck dir das doch mal an. Seid mal, da habe ich doch gar nicht gesagt, dass alles aussieht wie ein Penis. Der Wasserfall hinten sieht nicht aus wie ein Penis. Die Hoshi sieht auch nicht aus wie ein Penis. Aber Mario, oder wie? Ja, der hat wahrscheinlich einen. Ja, das nehme ich mal an. Oh Gott, das wird jetzt auch wieder toll. Verdammt. Stopp! Ach, Gott sei Dank. Und alle Blumen. So, ist schallgeil. Habe ich jetzt... Okay, vielleicht ist das Wasser noch irgendwo. Oh, Gott sei Dank. Na gut. Zumindest alle Blumen. Yaaaay! Bestimmt wieder Rubbel. Ich hätte gerne... Karnenschnipsnest. Ja. 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 Schon wieder Rubbel. So, jetzt sehen wir ja, ob wir Asylgon sind oder nicht. Ich wähle dich. Niete. Okay, doch stimmt's. Ich wähle... dich. Niete. Und jetzt nimm noch den da drüber. Auf den bin jetzt ich abgebildet. Oh, nicht einmal. Yaaaay! Wieder ein Leben. Ich hab jetzt... Zehn Leben gehabt heute. Die werden wohl nicht mitgespeichert. Ich hatte zwölf. Okay. Oh, Obelix! So. Obelix. Und ich begebe mich in Obelix Festo. Oh, der ist süß. Sie lebt uns Festo. Oh, hier kippen die Wände oben, ne? Jo. Aber nicht jede, also keine Sorge. Der Soundtrack von den Schlössern. Genial. Ist irgendwo auch Sternenthaler drin, oder? Ah, ah. Was? Irgendwer steht wo? Ich dachte, in diesen Eimern wären vielleicht irgendwo Sternenthaler drin. Achso, nee. Die fällt auch noch um. Kleine Obelix. Achso, den kann man da noch was anladen. Jo. Sternenthaler, Sternenthaler! Da sind aber die Wände brüchig hier oben, ne? Jo. Kannst bis ganz zum Ende laufen. Fallen nur nicht runter links. Na ja, macht auch nichts in Notfall. Du 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 Oh, oh, oh. Na? Ich will nicht mal durchstampfen. Flipper. Wer stellt die Wände eigentlich wieder auf? Cooper. Du hast kein Eier. Ja. Oh man. Ich habe keine, aber ich kann immer noch stampfen. Ja, du bist sicher sehr stolz auf dich selbst. Lava. Instant death. Die fällt auch um. Chili. Das bin ich. Ich glaube, die ist rot, die Münze. Mit vollem Munde spricht man nicht. Auf meinem Bildschirm sahst du so aus, als hätte es dich erwischt. Aber sah ja bei Illusion auch so aus. Für dich sieht immer alles schlecht aus. Ha, der kleine da oben. Ja. Ah, ein neuer Penis. Oh, das kann ja noch was werden. Was ist denn da links oben? Ich zeig mich auch mal an Super... New Super Mario Bros. Da gab es auch mal solche Wagen, die du mit der Wiimote dann kippen konntest. Ah, das war cool. Besonders schwierig wurde es dann, wenn man eben nicht alleine gespielt hat und sich auf die anderen verlassen musste. Damit habe ich furchtbar große Probleme. Du kannst da runter in der Röhre. Ich wollte dieses schöne Geräusch genießen, wenn man ohne Schlüssel nach oben drückt. Das kam bei mir gar nicht. Das kam bei mir gar nicht. Das kam bei mir gar nicht. Das war einfach so. Da hier einige Gegner aus Super Mario Bros. 2 recycelt wurden, nehmt es auch so. Ach du Scheiße, hab ich ja voll nicht mehr dran gedacht. Oh Mann! Schieb's runter! Fall nicht da! BAM! Ich finde ihn süß. Schau, seine Augenbrauen stehen aus dem Lava raus. Theo Weigel Augenbrauen. Big Jay Augenbrauen. Big Jay. Oh, you again! Ah, die Tür sieht gefährlich aus. Eine Blume gibt's noch in der anderen Tür. Aber du brauchst genug Eier. Du brauchst vier Eier. Du brauchst vier Eier! Ja und? Du brauchst drei, glaub ich nur. Ja. Er vertraut mich mal irgendwie nicht. ja und wenn du ja, diee Alpum schiedelt. Ich bin sch expired. 采ht mornig klar. Ich bin ja alt. Ich bin ja nicht ganz banget. Das gehtô, ähm ok. Noch! Ich muss sich erst ein bisschen wieder an diese etwas schwammigere Steuerung gewöhnen. Steuerung! Hey Yashi! Willst du dem Baby wirklich helfen? Ja, ziehe diesen Gegner erst aus! Oder eben die Hose nur! Das erinnert mich immer an Power Rangers wenn Rita den Besen da auf die Erde und ihr Monster groß wird. Jetzt zieht er sich die Hose. Du musst warten bis Das erinnert mich. Das erinnert mich. Das erinnert mich. Das erinnert mich. Das erinnert mich nicht, ich gas dich. Ach, hat noch ein. Ah, nee. Selber wie so das alte HB-Männchen. Yeah! Hab ich 100 Punkte geschafft? Ja. Boah, halb mich fest. Bis dahin geht's auch noch einfach. Aber freu dich aufs nächste Level, das darfst du nämlich auch machen. Ja, doch noch mit diesem Purple-Ding da oder was. Hey, die Purple ist cool. So, nach dir. Oh man. Keiner in Donut-Panik. Oh, sie ist eine meiner Lieblingsmelotien. Ich mag diese Ukulele oder so im Hintergrund. Ukulele. Ukulele. Äh, nochmal von Anfang bitte. Wieso? Sicher schon eine rote Münze verpasst. Ja und? Da unten sind auch rote. Glaub ich. Oder auch nicht. Ja, die... Aber hier! Weiß dann mal so eine etwas andere Farbe. Ach scheiße, jetzt habe ich mir selber den Weg verbaut. Oh Gott. Oh Gott. Äh. Puh. Was hast du? Musst du mir mal solche Panik machen? Ja. Damit Spannung. Das macht einen wahnsinnig.